Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge der Binding of Isaac. Und wir stürzen uns in die letzte Challenge, die uns noch zur Verfügung steht, nämlich Isaac was good today. Und dann schauen wir doch mal, was uns dieses Mal erwartet. Der Heiligenschein. Oh, wir können fliegen. Okay. Schauen wir als erstes mal wieder die Werte an. Okay, alles auf drei. Das ist schon mal gut. Und wir versuchen einfach mal unser Glück. Wenn wir fliegen können, ist das ja an sich schon mal gar nicht schlecht. Das könnte uns schon jetzt total hilfreich sein. Komm, Spille. Jetzt bräuchten wir halt nur noch spektrale Tränen, dann wäre das Glück perfekt. Komm her, du. Das wäre jetzt wirklich episch. Noch spektrale Tränen. Da könnten wir uns bei jedem Kampf einfach in den Steinen drin verstecken. Und Moment, ich muss mal ganz kurz gucken wegen der Lautstärke. Mir kommt das Spiel gerade ziemlich laut vor. Oh, jetzt ist der Ton ganz weg. Machen wir es mal so vielleicht. Nicht, dass ihr mich dann am Ende nicht mehr hören könnt. Dann wäre nämlich das Ganze hier mit den Let's Plays ein wenig sinnlos. Okay. Schauen wir mal da oben rein. Oh, Silberherz. Und Silberstein. Und Trollbombe. Und noch ein Silberherz. Sehr schön. Wir fangen auf jeden Fall schon mal mit ziemlich gut Herzen an. Das gefällt mir. Oh, ein schwarzer Spinnenspawner. Oh, Bombe und Pille. Erstmal die Bombe. Und du machst... Balls of Steel. Zwei Silberherzen für uns. Okay, fängt schon mal nicht schlecht an. Ich bin fast versucht, noch die restlichen Räume zu erkunden. Und du bist erledigt. Und jetzt kommst du noch dran. Okay, Geldraum lohnt sich jetzt noch nicht. Wir haben eh keinen Schlüssel. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel, aber es lohnt sich trotzdem noch nicht. Oh, Pride. Äh, ja. Mal wieder einen. Der... Oh. Oh. Hörst du auf? Äh, was war denn Pride nochmal? Pride heißt, glaube ich, Stolz. Aber Stolz ist keine Todsünde. Äh, was... Hör doch auf mit dem Mist. Okay. Und natürlich noch eine Trollbombe. Okay, wir bekommen als Belohnung... Two of Spades. Hm. Ich glaube, das vermehrt das Geld. Nein, die Schlüssel. Okay. Okay, das ist gut. Dann haben wir schon mal zwei Schlüssel, aber der Goldraum lohnt sich trotzdem nicht. Goldraum müssen wir gar nicht suchen. Gibt es in den Challenges eh nicht, aber wir können den Geheimraum suchen. Der könnte hier sein. Und da ist er auch. Ah, okay. Versuchen wir es mal. Versuchen wir unser Glück. Ein Schlüssel. Sehr gut. Und... Nichts. Sehr gut. Und... Schon wieder nichts. Stirb. Und Geld. Geld, 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 Geld. So. Wir könnten jetzt auch noch nach dem anderen Geheimraum suchen. Es gibt ja mit dem DLC jetzt immer zwei auf jeder Ebene, habe ich mir sagen lassen. Und der zweite grenzt aber immer nur an einen Raum an. Das heißt, man kann immer nur über eine Wand hinkommen. Das heißt, er könnte hier sein. Oder er könnte... Wir haben keine Bomben mehr. Okay, jetzt haben wir drei Schlüssel. Jetzt gucken wir mal. Oh, die Nonnenhaube, die können wir uns nie im Leben leisten. Oh, aber wir können uns die Bombe holen. Nein, wir holen uns das Silberherz. So. Dann suchen wir den anderen Geheimraum einfach nicht. Und gehen dafür mit... Juhu. Fünf Normalen und fünf Silberherzen zum Boss. Und es ist... Pin. Das ist doch mal ein schöner Boss für den Anfang. Pin. Habe ich jetzt nichts dagegen. Der hat ein relativ... schönes Schema. Ja, ja. Schießt du nur deine explodierenden... Bomben... Ich weiß gar nicht. Sind das eigentlich bei denen auch Tränen, oder? Wer weiß. Ich will gar nicht wissen, wo er das her hat, was er da an grünen, explosiven Stoffen verschießt. Das läuft sehr gut. Wir könnten es schaffen, ohne getroffen zu werden. Und dass ich das gesagt habe, ist jetzt wahrscheinlich schon der Garant dafür, dass wir getroffen werden. Oh, da, ich sag's ja. Oh. Oh, und Rottenmeat. Sehr gut. Dann gleich in die nächste Ebene. Ich bin ja schon sehr gespannt. Soweit ich gehört habe, geht's bei dieser letzten Challenge. Mensch, über die habe ich schon mal ein bisschen was gelesen. Ja, darum nicht nur... Oh, es sind die... Hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen. Mensch. Jetzt brennen alle vier. Hört auf mit der Brennerei. Brennen ist uncool. Ihr seid voll uncool. Ihr seid so uncool. Weil ihr brennt. Weiß doch jeder, dass Brennen total out ist. Also jetzt normales Brennen. CDs brennen oder sowas. Nein, da sag ich besser nichts. Es ist ja ein empfindliches Thema auf YouTube, wo die GEMA ihre Augen und Ohren überall hat. Könntest du bitte mal herkommen? Jetzt hüpft doch nicht so bescheuert rum hier, so. Das Feuer... Ja, hat geklappt. Was wollte ich jetzt nur sagen? Ach ja, genau. Ich weiß über die Challenge auf jeden Fall... Mann, haben wir jetzt viele Herzen verloren. Ich weiß über diese Challenge schon, dass wir nicht nur bis zum Muttis Herz kommen müssen, um sie zu schaffen, sondern dass der Boss in dieser Challenge der Teufel ist. Das heißt, wir müssen nicht nur den normalen Story-Boss, sondern auch den DLC-Boss besiegen. Wobei ich ja schon mal froh wäre, wenn wir in einer Aufnahme soweit kommen würden. Ich habe es einmal geschafft und mich dann so geärgert, dass ich das nicht aufgenommen hatte. Aber vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Wobei ich mir fast, wenn es wirklich darum ginge, bis zu dem zu kommen, hoffe, dass wir noch das ein oder andere gute Item bekommen. Denn der ist ziemlich hart. Uiuiui, das war klar, dass das schief gehen würde. Jetzt schalten wir hier erstmal das blöde Fleisch aus. Ja, ja, waa, waa. Gut, solange ihr nicht brennt, ist mir das auch recht, aber sterben dürfen wir trotzdem. So. Und ich bin jetzt wirklich am Überlegen, soll man gleich zum Boss gehen oder... Oh, Silberherz. Ne, ich denke, wir gucken uns noch ein wenig um hier. Ah, okay. Kreisen, kreisen, kreisen. Dann kann mir gar nicht viel passieren. Immer schön um die Viecher herum kreisen. So, und wenn hier noch einer ist, dann machen wir das so. Wir brauchen unbedingt eine Bombe für den Silberstein hier. Und die finden wir bestimmt hier nicht. Aber dafür finden wir hier Geld. Oh, da sind Steine im Weg. Ihr blöden... Ui, uiuiui, die können ja auch über die Steine fliegen. Natürlich sind ja Fliegen. Hätte ich jetzt... Habe ich jetzt ganz kurz vergessen, dass Fliegen ja fliegen können. Okay, den umkreisen wir jetzt auch einfach. Ja, wir kriegen eine Bombe. Und einen Schlüssel. Und gucken noch schnell, was da hinten ist. Zwei von den Blutfliegen. Die immer so schön explodieren. Und schon wieder einen Schlüssel. Bei so vielen Schlüssen kann man hier ruhig nochmal reingucken. Auch wenn wir uns wohl nichts kaufen werden. Jupp. Und wenn ich ganz vorsichtig bin, schaffen wir es hierdurch ohne Schaden zu kriegen. Ja, und Silberherz. So, und jetzt dasselbe nochmal zurück. So muss es gehen. Nein, so geht es nicht. Naja gut, aber wir haben immer noch... ...ein halbes Silberherz-Gewinn gemacht. So, und wenn ich das jetzt klug mache, können wir auch gleich noch rausfinden, ob hier der Geheimraum ist. Ja! Oh, 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 oh. Monstro. Das ist schön. Gegen Monstro kämpfe ich gerne. Der guckt auch immer so niedlich beim Hüpfen. Ja. Ja. Und da hüpft er wieder. Und gleich nochmal natürlich. Und. Und dann hüpft er wieder. Und brah. Okay, das dürfte relativ gut gehen. Diesmal sag ich nicht, dass wir es schaffen, ohne getroffen zu werden, weil dann schaffen wir es vielleicht sogar. Und boing. Und brah. Und du bist fast tot. Du bist fast tot. Wör auf damit. Wör auf, so viel Bluart zu machen. Und da ist er tatsächlich geschafft. Und wir haben keinen Treffer kassiert und kriegen noch ein Herz. Okay, wir können uns direkt mal im Dämonenraum umsehen. Da ist der Brimstone wieder. Warum haben wir jedes Mal, wenn wir hier reingehen, den Brimstone und Geld? Der Brimstone. Und was macht der Mond? Moment. Ich hole mal kurz die Wiki hier. Und den müssen wir jetzt kurz suchen, weil ich nicht weiß, wie der heißt. Wo bist du denn? Ich mein, Brimstone ist uns ja klar. Damit können wir wieder den Super Laser verschießen. Was im Grunde richtig episch ist. Da haben wir ihn eh schon gehabt. Aber was macht dieses Stern- und Mond-Symbol? So viele Items, so viele Items. Oh, da können wir mal kurz gucken. Dieser Halo. Ah, gibt jeden von unseren Stat-Points eins dazu. Deshalb haben wir also alles auf drei. Ach nee, das ist was anderes. Das ist auch was anderes. Na, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Moment, nicht so schnell. Komm schon, du musst doch hier irgendwo sein. Ach, da ist es ja. War of Babylon. If you have half a message reading, what a horrible night to have a curse appears on the screen and the player becomes a war of this increased their damage by three speed by two. And they will stay in the form until leaving a room. Aha. Das bedeutet, wenn wir nur noch ein halbes Herz haben, erhöhen sich unsere Werte. Und zwar ziemlich stark. Nee, aber das ist es nicht wert. Aber den, den... Oh, aber das kostet wieder zwei Herzen, naja. Ach, komm, wir riskieren es jetzt einfach. Bruh. So. Sonst können wir hier nichts mehr machen, dann geht es jetzt weiter. Oh, bitte sag mir, dass das kein Fehler war, den Brimstone jetzt mitzunehmen. So, was haben wir denn hier? Gucken wir mal kurz rein. Nur normale Truhe, das wird sich nicht lohnen. Oh. Natürlich trifft sie mich noch. Schießt doch. Und gleich nochmal. Die Gierschädel natürlich wieder. So. Ich bereite mich darauf vor, dass hier wahrscheinlich Gier selbst drin sein wird. Und nein, ist er nicht. Dann eben. Okay, Karte. Silberherz. Auf jeden Fall mal das Silberherz. Und wenn die Karte eh schon reduziert ist Das andere Zeug braucht man nicht Okay, dann gucken wir uns hier mal um Moment, Bomben hatte der jetzt keine, nein Gehen wir erstmal, halt Ich wollte erst aufladen Naja, bei denen geht's So Und wir bekommen nichts, aber jetzt lade ich erst auf Und Bruh, oh Gott, die überleben einen Schuss Wieso schießt der denn? Aha, oh Das tut mir leid, das wollte ich nicht Ich wollte eigentlich nur herausfinden, warum ich Teilweise zweimal schieße Naja, gut Dann geht es hier rein Zu den wandelnden Spinnenspawn Das heißt, wenn wir uns jetzt hier hinstellen, kann überhaupt nichts passieren Wir können schon mal zwei von denen ausschalten Und Ein Nickel Na, es läuft doch Dann schauen wir uns als nächstes hier oben um Und Fistula Ich werde versuchen, die über den Abgründen hier auszuschalten Und dann spawnen sie nämlich keine Maden So Und Was denn das? Missing Page Schau mal gleich wieder nach Das ist so ein passives Item Wo sind denn die Halt Wo scrollt das hin? Ich gucke und suche und suche und gucke, wo sind die Dinger denn? Äh, nein Machen wir es mal Halt Machen wir es mal Da Äh, nein Nein, das ist falsch Ne, das ist falsch Das sind die nicht Äh, was Wie hießen denn die Dinger? Das waren die Waren das die hier? Äh, hier steht ja gar nichts Suchen wir uns hier einfach mal durchs Wiki durch Ach ja, hier haben wir sie Okay, wir haben die Missing Page Ah, da 5% to induce Necronomicon's effect upon taking damage Aha, und was ist Necronomicon's effect? Necronomi Okay, das wird jetzt auf der anderen Seite wieder stehen Dann such mal Hier mal, da haben wir es doch Damage all enemies Da ist es weg Oh, das macht den Gegnern einfach mal Schaden Das ist schön Und eine 5% Chance, dass das jetzt passiert Oh, ich freue mich Stirn Oh, 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 oh Das war dumm Und eine weiße Pille Und die macht Bombs are key Oder eben umgekehrt Das ist jetzt total Bescheuert Aber gut Die Gierschädel Sterb Sterb Stirb Auch du, 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 stirb Ich lapp mich jetzt hier in dem Stein auf Und zack Und noch eine Bombe Super Naja gut, können wir wenigstens die Geheimräume suchen Und Die Viecher Vor denen kann ich mich nicht in den Stein verstecken Aber jetzt glaube ich Ja, wir haben jetzt was, das durch Steine schießen kann Das heißt, wir können uns schön in den Stein verstecken Und trotzdem Schaden machen So, dahinter wird es dann zum Boss gehen Dann clearen wir mal den Raum davor Äh, den Raum davor noch Oh, so einer Und nichts weiter Okay, wenn wir jetzt schon so viele Bomben haben Dann suchen wir jetzt auch die Geheimräume Äh, der könnte zum Beispiel hier sein Oder da Oder ganz woanders Zum Beispiel hier Hm Da unten vielleicht Mensch, wo ist der blöde Geheimraum Okay, dann versuchen wir es mal noch da Und dann haben wir eh schon wieder alle Bomben verschwendet Und nicht mal was dafür bekommen Dann riskiere ich das hier jetzt Wir haben ja den Oh, ein Schlüssel, ein Schlüssel, das ist schön A-A-D-E oily-R AR-A-D-E Ich lass mich tatsächlich vor den Maden erwischen Du Gott Die sind doch so Das... Das ist ja Das war jetzt richtig Fäl Ach nee 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 Nene 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 Nö steht bloß nicht wieder auf Jetzt kommt Oh, Gott meant Ich dachte jetzt kommen die Viecher, die immer wieder diese komischen Gedärme auf den, äh, diese komischen Schädelknochen auf den Gedärmen und boah. Ja, und sich gut gelaufen, wenn ich mich bei den Maden nicht so blöd angestellt hätte. Und langsam gefällt mir das nicht, in welche Richtung die Anzahl unserer Herzen geht. Wir sind gerade mal auf der dritten Ebene und kämpfen jetzt gegen Gardi Jr. Der ist eigentlich nicht so schlimm, wenn man ein bisschen aufpasst. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, weil ich mich total dämlich anstelle. Okay, das ist gut, das ist gut. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, das war knapp. Ja, und er kommt schon wieder. Aber es läuft ganz gut. Oh, 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 oh. Und er hat mich erwischt und er wird mich gleich nochmal erwischen. Nein, doch. Der hat ein total krankes Bewegungsmuster dadurch, dass er hier einfach nur rumrutscht. Und der Kleiderbügel, das gibt uns Damage, äh, kein Damage, sondern ein Range Up, was beim Brimstone eigentlich völlig egal ist. Oh, wir sind Damage auf Maximum. Naja, okay. Fünfeinhalb Herzen noch. Das dürfte sich jetzt dann doch noch ein bisschen verbessern, wenn es nach mir ginge. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Ebenen wir noch vor uns haben. Okay, da unten ist der Warum kriegen wir Ach so, ja, natürlich, die Karte. Ja, natürlich. Oh, 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 oh drüber und wir haben ja eine bombe so und wir kriegen wieder jede menge geld jetzt müssen wir nur noch den shop finden wo könnte der shop sein da oben könnte er sein da ist er sogar okay komm traurig schießt du auch los gut dann schauen wir hier gleich mal rein und natürlich kommt hier warum auch nicht ich hasse diesen typ nein 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 ich soll es nicht aufsammeln das ist jetzt deshalb hat kannst du mal aufhören ja sparen du noch deine blöden unterkörper so das gefällt mir gar nicht jetzt gibt es auf dieser ebene auch noch keinen shop das heißt schnell zum boss schnell zum boss der könnte hier sein und da ist ja 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 okay so funktioniert das mit dem nekronomen ok schlüssel das ist gut vorsichtig es hat die schaufel die hemer uns mal für den notfall auf habe ich würde den boss schon gerne machen weil wir ja vielleicht ein hier ist ab dem bekommen ok das dürfte jetzt gar kein problem sein ok und noch ein schlüssel das ist gut oh ich hasse euch ja bleibt schön in einer reihe ok ich gehe jetzt mal da lang und nein noch drei herzen ok das ist gut jetzt kein risiko eingehen so gut wie das wieder angefangen hat so sehr habe ich es auch wieder geschafft hier alles zu versemmeln ok dann schauen wir mal ob der boss hier kommt nein aber ein arcade raum jetzt können wir es noch mal rumreißen stirbt und zack und die schwarze fliege ist harmlos aber wir kriegen erstmal ein herz der gehängte mann super damit können wir fliegen in einem raum als kopf jetzt gehen wir erstmal in den arcade raum und zocken uns hier die seele aus dem leib und hier und zwei herzen ich liebe dich bettler und eine münze ok es könnte sich jetzt ein wenig ziehen das sage ich gleich mal wir haben doch eine ganze menge geld aber ich will jetzt das hier auch relativ verspielen einfach weil wir ein paar keine ahnung wir können im moment alles brauchen hier und da und eine fliege können wir jetzt nicht gebraucht okay halbes herz das ist gut ok den ersten automaten haben wir schon zerstört so dann kommst du jetzt dran das funktioniert doch relativ gut so und solange er noch mischt muss ich eigentlich gar nicht so auf distanz gehen oh ja bomben 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 und das nächste geldstück ok schlüssel will ich haben ja damit dankeschön so als nächstes bomben ok können auch nicht schaden dankeschön können wir den zweiten geheimraum dann suchen jetzt stupst ihn doch an geld ok brauchen wir jetzt nicht so sehr aber gewinnen können wir es ja trotzdem mal ich will's get toll komm schon ich will den scheiße haufen oh jetzt haben wir aber eine glückssträhne bei dem ok geld stups und fliege also die folge wird sich wie gesagt noch ein wenig in die länge ziehen es wird wohl noch eine weile dauern bis hier was passiert bis es hier wieder weiter geht mit richtiger spannung wobei ich jetzt wirklich am überlegen bin ob wir nicht aufhören sollten wenn wir nur noch 15 münzen haben damit wir uns dann im shop das item holen können wobei wir eigentlich mit dem brimstone wenn es bis wenn wir es ok was war das keine ahnung das war mein erinnerungsprogramm das mich an etwas erinnern sollte und ich hab's jetzt so schnell weggedrückt dass ich gar nicht mehr weit war das ist jetzt auch egal viel wichtiger ist jetzt dass wir hier bomben bekommen und herzen ok und hier bekommen wir eine fliege dann schauen wir mal wir haben hier zwei herzen das heißt wir können uns hier viermal geld holen und nochmal komm schon explodier und gib mir den blutbeutel ich will ein extra herz von dir so damit haben wir wieder 19 münzen ok und zack und nochmal und ok einmal noch ok nein wir sparen uns die münzen für den shop was wir aber machen ist so yeah jede menge bomben so und was wir auch noch machen ist super ich hatte auf den blutbeutel gehofft aber da dürfen wir nicht mehr rein ist mir auch egal dann dann gehen wir jetzt jetzt haben wir doch wieder alle räume abgeklappert auf dem weg zum boss ok komm hol ich das doch und noch ein herzen und man nein geht weg ich mag euch jetzt nicht mehr ich habe unangenehme erinnerungen mit euch erleben äh nein nicht erinnerungen erfahrungen erinnerungen erleben das klingt irgendwie v oh my god hilfe wie zur hölle soll ich dem bitte ausweichen hier gibt es auch keinen einzigen stein in dem ich mich verstecken kann so sterben es geschieht euch recht jetzt erstmal die herzen holen und eins und zwei dann nochmal kurz in den arcade raum da liegt auch noch ein halbes oh und wir könnten noch kurz wir suchen jetzt noch schnell nach dem zweiten geheimraum wir haben so viele bomben dass wir uns das jetzt erlauben können der könnte hier unten sein nein hier kann er nicht sein hier auch nicht hier auch nicht hier kann er nicht nein da kann er auch nicht sein hier kann er nirgends sein hier könnte er sein einmal hier oder da ach komm schon du musst doch irgendwo sein so dann könnte er natürlich auch noch hier drüben sein oh das war es kann ok er könnte einmal hier sein und er könnte einmal da sein ach ne Moment ich bin blöd könnte nicht wenn der geheimraum an so einen raum an kreuz dann sind da ist da ja eine stacheltür ok wir haben gerade zwei bomben verschwendet und ein halbes herz verloren für nichts und wieder nichts nur weil ich wieder so verpeilt bin ok dann kann er eigentlich nur noch da sein ich hoffe es einfach mal ganz stark ja tatsächlich burnt penny was macht denn der burnt penny dafür müssen wir hier unten wieder äh ich scrolle irgendwie mal zu weit hier brauchen wir das da ja und dann suchen wir mal nach dem burnt pen ach da ist er ja Diffs are 50% chance to drop a bomb when money is collected nein da ist mir das necronomicon aber lieber also diese missing page mit dem necronomicon effekt dann hat sich da total gelohnt hier sechs bomben zu verschwenden und es ist fistula ok fistula ist in ordnung vor allem wenn wir uns hier schön in den steinen verstecken können ich werde hier jetzt kein risiko eingehen ich werde immer schön von stein zu stein wobei natürlich die fistula stücke in den stein rein fliegen ok erstmal die kleinen oh nein bomben fliegen keine maden das sind bomben fliegen schalten wir erstmal die fliege aus oh man spreng mir doch nicht meine ganzen steine weg mensch Wait, oi, 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 oi. Okay. Something Cute. Wir haben Something Cute freigeschaltet. Okay. Und wir kriegen Pillen. Sei du ne Heels-Appille. Bitte. Okay, Luck-Up ist auch in Ordnung. Dann haben wir hier Rangedown. Das ist beim Brimstone relativ egal. Und du warst Bombs R-Key. Das werde ich jetzt ganz bestimmt nicht machen. dann nehme ich lieber den gehängten Mann wieder mit. Und wir gehen in die nächste Ebene. Okay. Damit hätten wir auch wieder einen Albtraum hinter uns und können uns hier... Jetzt hat sich das Spiel aufgehängt. Ah, okay. Nein, Curse of the Labyrinth. Wir müssten jetzt... Okay, hier ist schon gleich mal der Geheimraum. Oh, Gott. Curse of the Labyrinth. Und das... Natürlich bist du auch im Geheimraum. Warum solltest du auch nicht im Geheimraum sein? Erst die Spinne, erst die Spinne, die Spinne. Ist nämlich näher. Oh, ich hasse dich so sehr. Du, wenn mir jetzt nicht den Steam Summer Sale fallen lässt, ich sag's dir. Oh, natürlich lässt er nur bescheuertes Geld. Naja, gut. Auf der Ebene gibt's jetzt zwei Shops. Das heißt, die müssen wir jetzt nur noch finden. Okay. Curse of the Labyrinth. Oh, Gott. Versuchen wir mal hier unser Glück. Okay, das ist gut. Das ist... Das ist... Gut. Schieß! Na also. Und gleich nochmal. Okay, das geht. Das geht. Das ist machbar. Ich glaub, wir können sogar über die Blutlachen drüber fliegen. Ich will's aber nicht riskieren. So. Schauen wir mal kurz hier rein. Vielleicht. Oh, Gott. Ich muss es fast riskieren. Das ist der Kompass. Ach. Ich werd schon sterben. Ich... Ich werd definitiv sterben. Aber das kann ich auch, meine Gutsten. Guckt mal. Das kann ich auch. Ja. Okay, als nächstes kommen die hier. Super. Halt. Bleibt auf einem Haufen. Bleibt auf einem Haufen. Das war super. Das war... Joioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Ein leider noch, einer noch, einer noch. Stirb! Okay, und jetzt. Oh Gott, 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 oh Gott. Hört auf, so schnell zu sein. Oh, 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 we franzig. Oh Gott. War der KOMPASS das wert? Und es gibt doch nur einen Shop auf der Ebene. Aber ein Arcade-Ram gibt es auch. Aber war der KOMPASS das wirklich wert? hoffen wir mal, dass Gier jetzt nicht auch noch im Shop ist. So, sterbt. Und ne Trollbombe, lustig, aber dafür gibt's noch einen Dime. Moment. Aufladen. Ja, natürlich. Die gleich noch mal. Super, okay. Silberstein. Ach komm, du hättest auch zwei geben können. Gib's zu, okay. Oh, endlich ist Gier mal nicht da. Okay, Leiter bringt uns überhaupt nichts. Aber das Silberherz. Okay, dann geht's hier weiter und... Oh Gott. Nein! Oh, ihr steht total bescheuert. Hat euch das schon mal einer gesagt? Und die ganzen schönen Silberherzen sind eigentlich schon wieder fast weg. Unsere hart erkämpften Silberherzen sind. Ja, super. Oh. Also noch mal Glücksspiel und diesmal verzocken wir einfach alles. Jetzt schießt... Oh, jetzt kriegen wir auch noch von der Fliege mit. Oh, Mann. Wie kann man nur einen Run, der so gut anfängt, so versemmeln? Jetzt gibt mir endlich ein paar Herzen, Mensch. Das kann doch nicht so... Dankeschön. Schwer sein. Und du hattest drauf gerade Herzen. Und natürlich gewinnen wir die Fliege. Du schießt jetzt endlich ab. Warum sind wir eigentlich so grün? Irgendwie erkennt man mit dem... Silberherz, sehr schön. Erkennt man mit dem grün. Oh, der hätte jetzt fast noch den Automaten auch noch gesprengt. Mit dem grün erkennt man sehr schlecht, ob der Brimstone gerade so weit ist. Das war die blöde Bombs-Archipille, oder? Natürlich. So, und noch mal. Ah! Ich will das nicht. Ich will das da. Okay, Schlüssel. Werden wir jetzt nicht mehr so viele brauchen. Und natürlich von Fliege. Hier, Geld. Nimm! Nimm es! Herz, 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 Herz. Das holen wir uns jetzt. Ah! Oh, oh, oh! Skatol, Skatol, Skatol! Her damit! Ah! Jetzt komm schon! Sei nicht so geizig! Ja, es ist gut. Wir haben es verstanden. Komm schon! Ein Herz noch! Ein Herz wenigstens noch! Kein Geld, Herz! Bist du dämlich, oder was? Weißt du nicht, wie ein Herz aussieht? Komm schon! Dann bei dir! Das sind Bomben, das sind keine Herzen. Gib mir ein Herz! Gib mir ein Herz! Keine Bomben, ein Herz! Ich will ein Herz! Und komm! Herz! Oh, Herz, 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 Herz! Dann halt nicht! Wir haben doch Luck ab! Warum haben wir denn hier kein Glück? Ich bin schon jetzt einfach mal von vorne dagegen. Oh! Na, es geht doch! Und gleich nochmal hier den vordersten. Und zack! Und zack! Und zack! So. Und hier. Ach so, wir haben kein Geld mehr. Okay. Den da oben werde ich jetzt nicht benutzen. Den spreng ich einfach. Und krieg dafür gerade mal eine Mütze. Hier hast du Schlüssel. Super. Braucht kein Mensch. Aber natürlich gewinnen wir. Äh, okay. Wir haben schon wieder die Bons Archiepille dabei. Ich werde jetzt nicht gezielt nach dem zweiten Geheimraum suchen. Denn wir werden uns jetzt ziemlich direkt auf den Weg zum Boss oder beziehungsweise ja beim Curse of the Labyrinth zu den Bossen machen. Allerdings, wenn wir hier eh schon sind, hier könnte ja der Geheimraum eventuell sein, ist er aber natürlich nicht. So. Einfach straight durch. Und nein! Nicht schon wieder vier von denen. Nicht schon wieder. Zwei. Okay. Zwei haben wir schon. Zwei haben wir schon. Komm und... Einer noch. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Schieß und triff doch mal. Ist er unten. Okay, halbes Herz. Das ist gut. Achso. Wir haben schon wieder ein Silberherz verloren. Okay. Die machen wir natürlich auf. Und Stöckelschuhe. Das hilft uns überhaupt nichts. Und... Oh mein Gott. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? So. Du und stirb. Schlüssel und Geld. Und jetzt noch eins rauf. und schab. Es ist schab. Ui, 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 ui. Komm her, schab. Okay. Ich will dich mit ner Bombe füttern, Mensch. Friss die Bombe. Ja, brav. Und jetzt... Zack. Und er lebt noch. Und... Oh! Oh Gott. Und... Zack. Und... Ich hab das Gefühl, wir werden nichts dafür bekommen. Okay. Wir bekommen immerhin... Okay. Das passt. Das ist in Ordnung. Und jetzt aber ab zum Boss. Und im Notfall haben wir ja unser Space-Item, mit dem wir gleich nach unten kommen. Loki. Okay. Loki ist in Ordnung. Wir können uns hier schön in nem Stein verstecken. Und einfach darauf warten, bis Loki mal in der Nähe ist. Das heißt natürlich, außer er spawnt seine bescheuerten Bomben fliegen. Und zwingt uns so, unsere ganzen schönen Steine wegzusprengen. Bleib genau da ste... Oh, da ist ja gar kein Stein mehr. Dann muss ich ja hier rüber. Okay. Bleib. Ich hab gesagt, du sollst da bleiben. Na, auf dich da und zu teleportieren, Mensch. Und zwei Bomben fliegen. Die sich selbst an diesem... Du kommst mir nicht zu nahe. Bleib da. Sag mal, hörst du schlecht? Ui. Dann stirb doch an deinen eigenen dämlichen Fliegen. Okay, wir haben ihn gleich. Ein Schuss noch. Und er ist erledigt. Und wir kriegen... Oh, ein extra Herz. Okay, jetzt holen wir uns noch schnell hier das halbe Herz. Und dann geht's auf zu Muttis Fuß. Schaffen wir... Ja, das dürften wir schaffen. Hey, Mutti, bin da. Wann gibt's Essen? Aber das dürften wir schaffen. Wir haben... Jaha, ich bin da. Und ich geb dir jetzt mal so ordentlich auf den Fuß. Und die Made weg. Und nicht zu nah an die Türen, damit uns... Und keinen High Five mitgib. Könntest du bitte mal auf die Viecher drauf treten, die du dauernd spawnst? Ui. Das war knapp. Könntest du mal aufhören, dauernd Viecher zu spawnen, auf die du nicht drauf trittst? Das Problem ist natürlich, dass wir uns hier nicht in den Steinen verstecken können. Oh, das war knapp. Weil... Das war noch viel knapper. Weil natürlich die gute Mutti hier einfach alles niederstammt. Ich komm gar nicht dazu, sie anzugreifen, weil sie tausendlos Gegner spawnt. Oh, war das knapp schon wieder. So. Die beiden hier sind harmlos, also gibt's jetzt auf den Fuß. Okay, irgendwas hat mich getroffen. Mir aber völlig egal, was. Und ne... Oh, Bombe! Das war knapp. Es könnte besser laufen. Das will ich gar nicht anzweifeln. Okay, okay. Schieß und schieß nochmal. Ich seh nichts. Oh Gott, wir werden sterben. Wir werden sterben, weil ich nichts sehe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo schießt denn du hin? Ich spawnt doch sonst nicht so viele Gegner. Das ist ja hier... Okay, die augenlose Made ist mir... Wir sind tot. Was war das denn bitte für eine Nummer? Okay, das... Jetzt haben wir wenigstens diese Challenge auch mal erlebt und... Ja, dann nutze ich die Gelegenheit, um jetzt gleich mal was zu... The Binding of Isaac zu sagen, zu diesem Projekt. Wir haben ja jetzt... Schon mal einmal im normalen Hauptspiel die Challenge mit Isaac geschafft. Haben ja auch schon ein paar Charakter freigeschaltet, bis auf den hier. Den hätten wir eigentlich freischalten können, wenn wir nicht die ganze Zeit unser Geld verschwendet hätten. Aber egal, den werden wir früher oder später noch bekommen. Und hier die Challenges. Wir haben jetzt alle einmal durch, mit Ausnahme von der einen, für die wir erst die oberen neun schaffen müssen. Eine haben wir ja sogar schon geschafft. Und ich möchte jetzt... Sagen wir mal... The Binding of Isaac in eine kleine Pause, in Anführungsstrichen, schicken. Einfach, weil wir jetzt schon alles mal gezeigt haben, von den Challenges her. Und zwar ist es jetzt so... Es wird nächste Woche auch nochmal ein Infovideo geben, wo ich so... Zeigen werde, was jetzt an Projekten alles ansteht und wie es jetzt so weitergehen wird. Das werdet ihr alles noch sehen. Und... Ja. Ich werde The Binding of Isaac jetzt ein paar Aufnahmen im Voraus aufnehmen. Und werde das so, ich sag mal, als das kleine Notfallprojekt mir zur Seite halten. Weil es hat den Vorteil, es ist dafür, dass die Folgen eigentlich ziemlich lang sind. Meistens relativ leicht zu rendern und hochzuladen. Das geht relativ schnell. Weil die Dateien nicht so groß werden. Und... Deshalb möchte ich einfach... Ihr habt es ja gemerkt, hin und wieder haut es mal nicht ganz hin. Aus irgendeinem Grund kann keine Folge hochgeladen werden oder sonst irgendwas. Und für diese Situation möchte ich mir jetzt gerne The Binding of Isaac warm halten. Und auch einfach mal so als Gelegenheitsprojekt hin und wieder mal eine Folge hochladen. Und der Mittwoch wird etwas anders belegt werden. Dazu genaueres, sag ich, will ich jetzt mal noch nicht verraten. Das werdet ihr dann im Infovideo sehen. Und ja. Ich sag schon wieder dauernd und. Auf jeden Fall... The Binding of Isaac jetzt erstmal eine kleine Pause. Wird jetzt als Gelegenheitsprojekt hin und wieder mal eine Folge kommen. Oder eben, wenn irgendwas schief geht und ich nichts anderes hochladen kann. Und bis dahin werden wir das Ganze jetzt mal pausieren. Und... Ihr könnt mir natürlich da gerne eure Meinung dazu sagen. Wenn ihr gerne lieber mehr davon sehen würdet, dann sagt mir das ruhig. Ich werde auch auf die Kommentare eingehen. Ansonsten werden wir den Mittwochslot jetzt anders belegen fürs Erste. Und wie das aber aussieht, das werdet ihr im Infovideo dann sehen. Da möchte ich jetzt, wie gesagt, noch nicht zu viel verraten. Jetzt aber erstmal sag ich für diese Folge bis dann. Beziehungsweise auch erstmal für dieses Let's Play. Weil das jetzt... Ja, fertig möchte ich jetzt nicht sagen. Als fertig sehe ich das Spiel angesehen, wenn wir hier eine komplett erledigte To-Do-Liste haben. Aber weil sich das einfach noch ein bisschen ziehen möchte und ziehen wird. Und ich jetzt... Ja, ich denke, es ist halt doch immer oft einfach dasselbe. Es wiederholt sich stark und ich... Ja, möchte euch jetzt nicht zu sehr damit langweilen, dass wir hier jetzt 300 folgende Binding of Isaac hinkriegen. Bis ich hier endlich mal die ganzen Challenges geschafft habe. Und deshalb... Binding of Isaac, kleine Pause. Der Mittwochslot wird anders belegt. Und das war's dann fürs Erste mit diesem Let's Play. Und ihr werdet einfach sehen, ich werde die Folgen relativ unregelmäßig hin und wieder mal eine Binding of Isaac-Folge hochladen. Wenn ich halt gerade Kapazität habe. Kommt halt zusätzlich zu einer normalen Folge. Laut Uploadplan auch mal eine Folge der Binding of Isaac. Und ansonsten werden wir sehen. Wie gesagt, teilt mir einfach mit, was ihr darüber denkt. Wenn ihr das anders seht, dann gehe ich auch gerne auf eure Kommentare ein. Jetzt erstmal verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euch noch viel Spaß. Euer Pagu.